Ich war auch schon vor einer Cobra, als ich auf die Toilette wollte und dann Anaconda war es. Ich habe schon wahnsinnige Sachen erlebt. Ich bin Vanessa, ich bin 31, ich wohne mit meinen zwei kleinen Mädchen zusammen und mit meinem Mann. Mein Grossvater war Seefahrer und sehr viel in Afrika und Asien unterwegs. Jedes Mal, wenn er uns besucht hat, hat er mir Geschichten von diesen Ländern erzählt, hat mir auch kleine Postkarten mitgebracht und das hat meine Neugier wahnsinnig geweckt. Das war der Grund, weshalb ich das später als Erwachsener selbst erleben wollte und sehen wollte. Ich bin tief in die Dschungel, zum Beispiel in Sri Lanka oder in Afrika, wo wirklich kein Internet, kein Rauchen, kein Fernsehen und einfach nur mit den Leuten in den See springen, wo es Schlangen und Krokodile hatte und in den Schlamm hinein. Ja, einfach leben. Die schätzen das Leben wahnsinnig und die haben es viel schwieriger als mir, aber die rauchen auch nicht alle und auch diese kommen damit klar. Und es hat mir einfach immer mehr im Leben gezeigt, was ich eigentlich will. Ich habe zweieinhalb Päck am Tag geachtet, was wahnsinnig viel ist und ich habe es auch geschafft. Es ist aber wichtig, dass man es will. Wenn man nicht wirklich davon überzeugt ist, dann kann man es vergessen. Und jetzt kommt das, was ich möchte. Ich habe es noch nicht so, dass es sich für die Dschungel, dass es sich für die Dschungel und die Dschungel, dass man es vielleicht nicht so, wie es nicht so, wie es nicht so, wie es nicht so, wie es nicht so. Und jetzt kann man es vielleicht etwas, wie es nicht so. Und jetzt, die Dschungel, das ist eine Dschungelung,